Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich den Swiffer Bodenwischer richtig anwenden und auch diese trockenen bzw. feuchten Tücher richtig befestigen kannst. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir unseren Bodenwischer hier richtig zusammenbauen. Das ist relativ einfach, da es sich hier um ein Stecksystem handelt. Wir müssen also diese zwei Knöpfe hier zusammendrücken mit der einen Hand und dann schauen, dass wir mit der anderen Stange hier einfach drüber gehen, bis diese Knöpfe hier wieder einrasten. Das mache ich jetzt mit den ganzen Teilen hier auch. Nachdem der Steck jetzt zusammengebaut ist, können wir hier einmal vier solche kleinen Löcher sehen, die wir auch leicht eindrücken können und dort werden jetzt unsere feuchten bzw. trockenen Tücher auch schön eingespannt. Ich zeige es dir zuerst einmal an einem trockenen Tuch. Dieses kann man jetzt nämlich einfach aufhalten. Hier in der Mitte geht es auch noch zweimal. Das legt man sich auch so wirklich auf den Boden hin. Dann nimmt man den Swiffer einmal und schaut, dass dieser wirklich schön mittig auf das trockene Tuch gesetzt wird. Und dann können wir nämlich hier außen einmal unser Tuch hochklappen und jetzt, wo diese Löcher sind, einfach mit dem Finger so hineindrücken. Und dadurch hält nämlich das Tuch auch schon. Hier nochmal etwas nachdrücken und von der anderen Seite genau dasselbe spielen. Ich drücke also hier mit meinem Finger rein. Hier auch noch. Und schon ist mein trockenes Tuch jetzt am Swiffer dort und mit diesem kann ich sofort wischen. Mit den nassen Tüchern hier funktioniert es so ähnlich. Ich nehme mir erst einmal eines heraus, lege dieses so hin, dass die grüne Seite nach oben zeigt. Denn jetzt kann ich hier in der Mitte einmal das Tuch schön aufklappen, wie auch bei dem trockenen Tuch vorhin. Und die grüne Seite schaut jetzt nach unten, so wie es auch sein soll. Denn dieser ist nochmal zum extra Schrubben für starke Verschmutzungen. Jetzt nehme ich also meinen Swiffer, lege diesen wieder schön mittig drauf. Ich ziehe es etwas noch nach vorne für die Kamera. Und dann kann ich nämlich hier außen die Seiten auch schon wieder nach oben schön umklappen. Zuerst die eine Seite, gehe mit meinem Finger hier wieder in das Loch hinein, dass das Tuch auch wirklich schön dort sitzt. Dann hier drüben genauso. Und nun von der anderen Seite dasselbe Spiel. Hier wieder mit dem Finger hineingehen und auch hier. Und schon ist mein Swiffer jetzt richtig einsatzbereit. Ich habe feuchte und trockene Tücher befestigt. Und diesen werde ich jetzt auch erst einmal schön verwenden. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen neuen Swiffer Bodenwischer zulegen möchtest oder auch gleich mehrere solche trockenen bzw. auch feuchten Tücher hierfür kaufen willst, um einfach etwas Geld zu sparen, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und musst nicht extra einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. dellkologisch, da weniger die Punkte von der Summe, kann etwas nur precedentes werden. Vielen Dank.